ich merke es wenn ich schieße auch nicht schießen ist ja ganz schlecht ich hoffe nicht aber wenn doch naja in der ober ja geht klar was wollte ich machen nachher schießen aber hier ist ja eben nicht so toll daher lauter agro typen rumstehen die uns gleich abschießen wollen sobald wir die nur anschauen da wir sehen mal den jahren achtung ich kenne die mann alles cool naja ok nicht ganz aber so ziemlich seht ihr er hat schon die waffe gezogen so halb naja wenig egal bitte stehe hier im auto ja hier steht eins das nehmen wir gleich und fahren zu unserem kumpel angeblichen kumpel da sind wir gleich dort ach ein waffenladen ist auch umweg naja kleinen umweg müssen wir machen aber winzig kleinen umweg und kann ich da mit handbremse reingriften ja african drift der neufel neus an kaufen ja kann ich eigentlich auch mal machen so umsehen was es hier gibt da draußen höre ich eine patrouille oh ja oh ja diese schrotflinte die ist doch genial ich schaue mich aber noch um was es gibt ja diese schrotflinte ist wirklich nicht schlecht kaufen gibt es auch gleich noch handbücher dafür nein schade und bei ausrüstung ich schau mal wie viel kostet die verbesserung auch kann ich ja noch nicht schauen aber ich denke nicht so viel deshalb kaufe ich mir den grenadier gut und sonst nichts ja und bezahlen oder oder gibt es sonst noch was was benutze ich eigentlich recht oft ähm ähm keine ahnung ach für meine mg gibt es da eine verbesserung die noch nicht habe ähm wo ist denn das ach da ach habe ich schon ja dann brauche ich es ja nicht dann ja mal auf bezahlen bezahlen neue verbesserungen freigeschaltet speichern wenn der mit seinem auto jetzt noch weg fährt kann ich auch raus toll ich glaube da hat mein auto gecrasht und ist jetzt hängen geblieben natürlich was habe ich gesagt dummheit ähm ja da rein und jetzt hier nehme ich wieder die hier und bei bei pistolen wieder die dann bei den waffen könnte ich eigentlich mal äh die nehmen die mp äh 5 oder so oder auch nicht ich weiß nicht wie die genau heißt aber lieber nicht denn ich habe hier meine schruttflinte und die ersetzt ist aber die ist immer noch viel besser für mich jetzt so sonst habe ich halt alles erneuert erneuert ja alles erneuert ich schieße mal um zu sehen ich habe unendlich moni nein das tut mir jetzt leid also spritzen habe ich auch unendlich nein also das tut mir jetzt sehr leid aber naja ich hoffe ihr könnt es verkraften ich habe das sonst auch eigentlich immer überlebt weil ich immer außer der munition hatte aber ich habe verständnis dafür dass ich jetzt nicht wieder das alles neu machen möchte weil dann macht es auch keinen spaß mehr aufsteigen mit ach eh schaut euch die power an achtung ich schieße mal hier ins wasser aha ist das nicht herrlich ich denke schon oh verziehen tut ihr auch ein wenig ja da kann man schon so eine scheiße machen ähm ach ja ich musste ja hier treffen wie steht's? yoga ja ganz gut Bantuwe und Forhees zwei miese Wichser ja am Ende geht es mir um beide aber heute stehen andere Geschäfte an und du kannst mir dabei helfen bevor du zur Schule gehst geh bei der Grenze vorbei dort gibt's ne Telefonstation da ist ne Heftmappe die brauch ich sie enthält Karten mit allen Handymasten Schmuggler nutzen sie zu orientieren hier gibt's ja sonst kaum Architektur bevor du Seth Unia tötest muss er seinem Pilotenfreund eine Nachricht schicken falsche Angaben neue Abwurfzone ich weiß wie die arbeiten dein Lehrer hat ein mieses kleines Geschäft mit diesem Piloten am Laufen das Schwein wirft Hilfsgüter hier ab anstatt dort wo sie wirklich gebraucht werden eine schlechte Abzocke muss ich zugeben und der Kniff mit den Türmen ist brillant den muss ich mir merken aber lass uns jetzt erstmal diese Ladung abstauben schnelle Kohle und dann sehen wir weiter äh jo also so schnell wie du dich bewegst schaffe ich's nicht äh du kannst mich mal mal wieder nicht hochheben Schwächling dann hein ich will nichts aufheben achso dann speichere ich doch gleich noch einmal ähm was wollte ich sagen ich wollte was sagen ich wollte was